Die Joe-Line-Behandlung, die haben wir schon mehrmals bei jungen Patienten hier als Behandlung gezeigt. Die ist allerdings auch indiziert bei Patientinnen oder Patienten auch, die im höheren Alter oder im reiferen Lebensabschnitt sind. Vor allem, wenn es für einen Facelift noch zu früh ist, aber die Haut trotzdem seine Vitalität verloren hat, kann das als Straffungseffekt mitgenutzt werden. Dazu sollte man im Einfacharzt für plastische Chirurgie, der Erfahrung in diesem Bereich hat, konsultieren. Dann hat man immer natürliche Ergebnisse.